Moin! Vielen Dank, dass ihr so zahlreich am Gewinnspiel teilgenommen habt. Eine Sache, ich komme mit so viel Lob nicht zurecht. Ich habe das durchgelesen, ich musste das weglegen, weil ich echt nicht so gut damit zurecht gekommen bin. Dankeschön dafür. Ich gebe mir weiterhin große Mühe und versuche die Qualität noch zu verbessern. Ihr habt mir auch sehr viele Ideen geliefert, auf die komme ich jetzt auch gleich. Am Ende des Videos gibt es dann das Gewinnspiel und da komme ich auch noch später detailliert zu. Aber jetzt erstmal gehen wir mal die Kommentare durch, was euch dann erwarten wird in den nächsten Monaten. Ich habe die Kommentare zusammengefasst, also herauskopiert mit einem Programm, dann habe ich die versucht zu clustern. Also wenn der eine was über Moorbeet haben möchte, dann Thema Moorbeet, der andere will über Pflanzen was haben, dass es so ein bisschen in Gruppen ist, dass es gruppiert ist. Jetzt gehen wir erstmal durch. Also ich habe einmal für Anfänger, jemand mit den Pflanzen für Anfänger. Da habe ich schon ein Video zu. Das verlinke ich dir, ich versuche es mal hier in der Ecke zu verlinken, beziehungsweise ich verlinke es dir in der Beschreibung. Aber ich glaube es wird Zeit langsam ein neues zu machen, weil es auch schon mittlerweile zwei oder drei Jahre alt ist. Diverses habe ich hier. Kannivoren und Aquaristisch kombinieren. Da muss ich mich mal reinlesen, da bin ich noch überhaupt nicht drin in dem Thema. Mikrofon benutzen. Hi. Ich hatte das durch den Umzug im Keller. Ich habe es einfach nicht mehr gefunden. Aber danke für den Hinweis. Wetterauswirkungen vor Nachteile Indoor-Outdoor-Kultur. Ja, das ist auch interessant, wie man eventuell automatisiert sein Moorbeet oder Kübel, eher Moorbeet. Kübel kannst du schnell unter das Dach schieben. Sein Moorbeet schützen könnte vor Hagel und Starkregen. Das war auch eine gute Idee. Wie versendet man Pflanzen? Ja, da könnte ich auch ein gutes Video machen, wie man von Pinguikula, also diese ganzen kleinen Pflanzen, und auch wie man ganz große Pflanzen versendet. Das ist eine gute Idee. Thema Moorbeet. Bau alles Moorbeets. Ja, das werde ich machen. In Westerholz habe ich ja ungefähr 3 x 3 x 2 Meter, so ein Dreieck in etwa. Und das wird ein richtig cooles Moorbeet werden. Da nehme ich euch auf jeden Fall mit auf die Reise. Beetrand, ein natürlich aussehen lassen. Ja, das nervt mich auch immer. Zum Beispiel wenn man die ganzen Gartenteiche sieht, sieht man immer die Folie da rausgucken. Das gefällt mir gar nicht. Immer wenn ich so einen Teich sehe draußen, also einen kleinen Seetümpel, da sieht es sehr schön aus, weil das da hineinwächst. Und so möchte ich das auch gestalten im Moorbeet. Einmal Fokus auf Utricularia. Ja, das stimmt. Es gibt wenig Videos über die Reusenfalle. Da könnte ich mich auch mal mit auseinandersetzen. Ja, Moorbeet anlegen ist ja auch. Mit einem Bachlauf, Bachlauf integrieren. Darlingtonia. Muss ich mich auseinandersetzen, ob die Winter hart ist. Ich glaube nämlich nicht, aber ich schau mal. Aber diesen Bachlauf möchte ich auf jeden Fall drin haben. Vogelschutz. Ja, es ist genau wie gerade eben meine Wetterauswirkungen. Einen Vogelschutz könnte man auch installieren. Der hübsch aussieht, muss ich mal gucken. Weil so ein Netz, naja, sieht blöd aus. Und ob man da jetzt so mit blinkenden CDs oder mit Tönen oder sonst irgendwas. Muss ich mal gucken. Hier ein Wasserbereich im Moorbeet. Und ja, das wie gesagt, Bachlauf integrieren, das hängt zusammen. Ich habe schon richtig coole Ideen. Schutz der Pflanzen im Moorbeet bei Starkregen oder Hagel. Ja, das ist genau wie diese Wetterauswirkung. Wasserbereich im Moorbeet, Kübel, Wasserbereich im Moorbeet. Ja, alles klar. Ihr wollt Wasser im Moor. Mach ich. Dann Thema Moorkübel. Einen Moorkübel anlegen. Ja, könnte ich machen. Das möchte ich auch vor meinen Gewächshäusern in der Gästnerrei, die ich dann habe. Möchte ich dann auch so schöne Moorkübel stehen haben. Sieht bestimmt auch richtig cool aus. Tipps für einen Moorkübel. Kann ich machen, wenn ich das dann baue. Einen Themenkübel bauen. Florida, South Africa, Carolina. Geile Idee. Habe ich nicht dran gedacht, dass man so ein Themen-Ding bauen könnte. Möhm. Ja. Werde ich machen. Äh, 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 äh. Zu meiner persönlichen Entwicklung. Ähm. Das ist ein Thema. Ähm. Meine gesamte Sammlung zeigen. Ja, das können wir machen. Aber das erst, wenn ich umgezogen bin. Und ich weiß nicht, ob man das im, ähm. Ab Oktober, September kann ich das machen. Die Pflanzen sehen da alle nicht mehr so schön aus. Ich glaube, das wird ein längeres Projekt. Das, ähm. Das müsste im Frühjahr dann starten. Beziehungsweise bis Sommer gehen. Wenn ich alle Pflanzen ihre vollen Blüte, wenn sie schön aussehen, aufnehme. Ich denke, das kommt nächstes Jahr. Ähm. Den gesamten Garten und Standort eingehen. Ja, das mache ich. Wenn ich, äh, da wohne, dann habe ich einfach mehr Zeit. Sonst bin ich da immer nur ein paar Stunden. Und muss dann wieder zurück mit dem Zug nach Nürnberg. Wird kommen. Ähm. Meine Sammlung anschauen. Ist das möglich? Ja. Auf jeden Fall. Äh. Kühlschrank mit bayerischem Bier und vielleicht auch Tee, Wasser. Also Radler. Ähm. Auf jeden Fall. Kommt dann vorbei. Das, äh. Man muss auch überlegen, wie ich das mache. Weil ich das ja auch teilselbstständig mache. Ob es bestimmte Öffnungszeiten gibt. Dann könnt ihr, glaub ich, jederzeit kommen. Und wenn nicht, dann einfach anrufen. Eine WhatsApp schreiben oder sonst irgendwas. Und Kontakt aufnehmen über E-Mail. Und dann kriegen wir schon Termine hin, wo ihr mal vorbeikommen könnt. Da es ja eine Urlaubsregion ist, bietet es sich ja auch an, wenn ihr mal dort in der Nähe kämpft oder nach Dänemark fahrt, dann könnt ihr auch mal vorbeikommen. Aber ich glaube, ab Herbst ist da nicht mehr so, da ist noch nicht so viel gemacht. Ehm. Also. Nehmt mal nächstes Jahr Frühling. Als Startstermin für ein Besuch, das sich auch lohnen würde. Ja, was ist ein Heliophora geworden? Schlechte Nachrichten. Zwei sind eingegangen und die dritte hat zwar einen Krug ausgebildet. Aber ich habe das Gefühl, da wird kein Neuer kommen. Die sind alle an Wurzelfollnis, ähm. Verendet an einem Vollnispilz. Äh. Wie lange mache ich das Hobby und wie kam ich dazu? Ähm. Ja, das kann ich auch mal ausführlich machen. Wenn ich dann bei mir in Westerholz im großen Gewächshaus sitze, in der Sitzecke. Dann kann ich mal detailliert drauf eingehen. Ja. Okay. Begleitpflanzen, Moorchideen. Ja, habe ich schon seit zwei Jahren vor. Ich bin dazu nicht gekommen. Äh. Beiträge bei Drossera. Ja, ich würde gerne über Knollendrossera ein bisschen mehr in Erfahrung bringen. Ähm. Dann Dionaia. Indokultur ohne Überwinterung. Laut, äh, internationaler Kannivorenpflanzen-Society. Ähm. Ähm. Ja, meine Meinung ist, ich habe mich noch nicht ganz genau damit auseinandergesetzt, aber meiner Meinung nach sollte man das natürliche Habitat, ähm. Ähm. Sollte man es bieten. Dann wächst die Pflanze auch am allerbesten, weil sie sich schon seit tausenden Jahren daran gewöhnt hat. Daran, die Evolution fand statt. Ähm. Ähm. Ich werde darauf eingehen. Äh. Ich habe, deswegen, ich denke mal, das kommt leider erst nächstes Jahr im Herbst, wenn ich die Pflanzen habe und, äh, Erfahrung sammelte. Semmlinge vom Keimung bis zur adulten Pflanze zeigen. Ja, das kann man sehr gut mit, äh, Saracenia machen. Dauert halt eben nur 3, 4, 5 Jahre. Hä. Hä. Wenn man dieselbe Pflanze nimmt, ähm. Wenn man in unterschiedlichen Stadien zeigt, dann geht es auch schneller. Drossera geht wesentlich schneller. Das sind ja meistens 1-, 2-, 3-jährige Pflanzen, die wachsen schon schnell. Intermedia zum Beispiel kann man da ganz gut leben. Ähm. Winterharte Drossera. Ja, da gibt es nicht sehr viele, aber da kann ich auch mal einen Beitrag dazu machen. Wissen zu Moorchideen und Schlauchpflanzen. Ja, Schlauchpflanzen habe ich ja schon viele einzelne Beiträge. Die findest du hier auf dem, äh, auf dem Kanal, beziehungsweise auch im Blog. Ähm. Moorchideen als Begleitflanze fehlt natürlich noch. Böp, 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 böp. Schädlinge. Schädlinge vorbeugen und bekämpfen. Ja, das ist auch so ein leidiges Thema. Ähm. Hier haben wir über Blattläuse und Schnecken. Ähm. Schauen wir mal, wie das jetzt im Westerholz sein wird. Ähm. Ich denke, auf die Schädlinge werde ich auch nochmal eingehen. Ich habe zwar schon Videos gemacht. Ich habe jetzt aber mehr Erfahrung und, äh, die sollten mal aktualisiert werden. Überwinterung. Bedingt winterharte Saracenien überwintern ohne Gewächshaus. Ist eigentlich ziemlich einfach möglich. Versuche ich jetzt noch dieses Jahr, mal gucken, September, Oktober zu machen. Weil dann ist, äh, geht es ja ans Eingemachte für die meisten. Ähm. Welche Pflanzen sind absolut winterhart zum Auspflanzen? Ja, da gibt es ein paar. Sind meistens aber sehr langsam wachsende und kleine Pflanzen. Aber die gibt es. Überwinterung meiner eigenen Pflanzen. Ja, das, äh, werde ich euch zeigen. Jetzt, wo ich im Westerholzland wohne, werde ich euch zeigen, wie ich die alle überwinter. Das, äh, passt ganz gut. Und ich denke, das Thema kann man auch vielleicht mit, zusammen mit bedingt winterharte Saracenien überwintern. Und überwinterung meiner eigenen Pflanzen. Könnte ich vielleicht zusammen machen. Und das letzte Thema, Vermehrung. Ähm, wie wahrscheinlich ist die Weitergabe bestimmter Attribute, zum Beispiel Giant war das Beispiel, äh, bei Pflanzen. Muss ich mich mal ein bisschen mit Genetik auseinandersetzen. Und Vermehrung, Kreuzung, Aussaat von Carnivoren. Ja. Entschuldigung. Ist ein sehr weites Thema. Mal gucken, ob ich einen allumfassenden Beitrag dazu mache. So, das waren jetzt auch alle Themen, äh, die angesprochen wurden. Ich werde mir jetzt mal einen kleinen Fahrplan ausdenken, was ich zu wann mache. Und dann versuche ich, dass es regelmäßig Videos gibt, die das alles abhandeln. Wird ein bisschen schwierig jetzt mit dem Umzug noch. Und gleichzeitig mit den Pflanzen, Versand und Verpackung, ähm, kriege ich alles hin. Aber jetzt machen wir mal das Gewinnspiel. Das Gewinnspiel machen wir mal ganz oldschool. Alle Teilnehmer, alle Gewinne, die werden alle einzeln ausgeschnitten. Kommen in gesonderte Töpfe. Und dann wird ein Gewinner gezogen. Und der bekommt dann auch einen Gewinn ausgelost. Machen wir ein bisschen anders. Denn zuerst kommt die Pflanze und dann kommt der Gewinner. Die Grandi Flora, die Grandi Flora geht an. Ich schaue nicht hin. Thomas Borg, 2722. Die Oreo Fühler bekommt. René Golding, 4889. Die Filiformis geht an. Pilates bei Patrizia. Einmal die Sorgung 2. An den User Crypto. Jetzt gibt's noch die Dichotoma. An die K9128. Die Flava. Ein Voreifel-Karnivoren. Zwei sind noch im Rennen. Die Leuco Fühler Walton County. Die Leuco Fühler Walton County. Luca GFR 33. Und die Rubri, die bespielt jetzt Veri. Die geht an. Beauty 0720. Glückwunsch an alle Gewinner. Und die Gewinner schreiben mir bitte über meine Kontaktformular auf der Website. Bei Instagram. Oder per E-Mail einfach ihre Kontaktdaten. Und ich verschicke die Pflanzen dann im Laufe dieser Woche. Auf84%. ategorien für anthropology. Dr. Kiki Reeed zu snoność. Auf capabilities. Auf entsprechend. Dass es gut gut geht. Bei uns dann sagen willst du kommst für bushproduktion noi. Ans CI posted dir인賀 Absatz Wx. den. Untertitelung des ZDF, 2020